Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA und Russland haben sich auf einen Plan zur Durchsetzung einer Waffenruhe in Syrien geeinigt. Die Feuerpause soll Montagabend in Kraft treten, sagte US-Außenminister Kerry nach langwierigen Verhandlungen mit seinem russischen Kollegen Lavrov in Genf. Die Vereinbarung könne den Weg zu einer politischen Lösung des seit mehr als fünf Jahren anhaltenden Konflikts ebnen. Außenminister Kerry sprach von einem möglichen Wendepunkt im syrischen Bürgerkrieg. Die Waffenruhe gelte für die mit Russland verbündeten syrischen Regierungstruppen und die von den USA unterstützten Rebellen. Sein russischer Kollege Lavrov sprach vom Beginn einer neuen Beziehung. Beide Seiten würden künftig gemeinsam Luftangriffe gegen Terroristen koordinieren. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den neuen Atombombentest Nordkoreas verurteilt und weitere Sanktionen angekündigt. Das Gremium werde unverzüglich damit beginnen, einen Resolutionsentwurf mit angemessenen Maßnahmen zu erarbeiten, kündigte der derzeitige Ratsvorsitzende am Abend in New York an. Nordkorea hatte gestern laut eigenen Angaben zum fünften Mal eine Atombombe getestet. Gegen das Land gelten bereits massive Sanktionen. Die CSU hat offenbar ihr umstrittenes Papier zur Flüchtlingspolitik beschlossen. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, hat der Parteivorstand allerdings einige Änderungen vorgenommen. So soll die Forderung, bei der Zuwanderung Menschen aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis zu bevorzugen, nur für klassische Einwanderer gelten. An der Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr will die Partei festhalten und bleibt damit auf Konfrontationskurs zur CDU. In Bangladesch ist erneut ein Feuer in einem Fabrikgebäude ausgebrochen. Dabei kamen in einem Vorort der Hauptstadt Dakar mindestens 14 Menschen ums Leben. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es viele Verletzte. Ausgelöst wurde der Brand in der Verpackungsfabrik durch die Explosion eines Warmwasserkessels. Der FC Bayern München präsentiert sich in der Fußball-Bundesliga weiter erfolgreich. Die Mannschaft von Trainer Ancelotti gewann beim FC Schalke 04 mit 2 zu 0. Die Treffer erzielten Lewandowski und Kimmich. Die Wetteraussichten. Heute oft sonnig. Am Nachmittag hier und da Quellwolken. Meist trocken, am ehesten im Bergland vereinzelt Schauer oder Gebitter. Höchstwerte von 22 Grad auf Sylt bis 30 Grad am Oberrhein. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017